Deine Kleidung passt oder gefällt dir nicht mehr? Wir haben die Lösung. Platz schaffen mit Herz. Deine Kleiderspende im Paket. Kleidung aussortieren, Paket abschicken und Gutes tun. Und so einfach geht's. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Karton, in dem du deine aussortierte Kleidung später verschicken kannst. Für deine Spende kommen fast alle Textilien in Frage. Von Kleidung und Schuhen für groß und klein, über Handtücher und Bettwäsche bis hin zu Taschen oder Jeanshosen kann alles gespendet werden. Jetzt kannst du bequem deinen persönlichen Paketschein auf www.platzschaffen-mit-herz.de generieren, diesen ausdrucken oder mobil auf dein Smartphone laden. Beachte bitte, dass das Paket mindestens 5 Kilo schwer sein sollte, damit sich der Transport rechtfertigt. Dein Paket kannst du jetzt kostenlos bei einem der 14.000 Hermes-Paket-Shops abgeben. Von dort gelangt deine Spende zu einem Sortierbetrieb in Deutschland, der die Textilien ankauft, bewertet und dann weiterverarbeitet. Je nach Zustand und Qualität fällt auch die Höhe der Spendenerlöse aus, über deren Verwendung du mitentscheiden kannst. Denn jetzt zählt deine Stimme. Im Anschluss an deine Spende erhältst du eine E-Mail von uns mit einem Voting-Code, den du online für eine Organisation deiner Wahl einsetzen kannst. Deine Kleiderspende schont Ressourcen und unterstützt gemeinnützige Projekte, auch in deiner Nähe. Mach jetzt mit bei Platz schaffen mit Herz.